Das ist er, Arle-Dieter. Für ihn ist wieder Showtime. Solche Sprüche hört man wirklich nur hier am Sonntagmorgen. Und hier steht er. Euer Wohltäter, der Arle-Dieter vom Hamburger Fischhack. So, komm, ist das dein Kerl? Herzliches Beileidung. So, komm, da siehst du. So, bitte. Tag, mein Lüttner. Hallo, komm ran. Komm doch hierher und sei nicht so stur. So, komm ran. Hallo, komm hierher. Mein Lüttner, du musst was essen, du wirst größer. 60 Jahre auf dem Fischmarkt, wo gibt's das? Ja, natürlich. Guck dich mal an, wie alt bist du? Wie? Ja, du siehst schon aus wie 100. Komm mal hier ran. Was bist du bloß für ein lahmarschiger Bock, aber pass auf. Arle-Dieter. Ich glaube, da muss man nicht mehr viel zu sagen, wenn man den Mann sieht, dass es einfach phänomenal ist. Also, was gibt's heutzutage, glaube ich, nicht mehr so oft. Zieht die Leute ran an seinen Stand und meinte gerade auch, dass er fast zu mir ausverkauft ist. Kein Wunder, denn wer kann diesem Charme widerstehen? Arle-Dieter in seinem Element. Ich hab den Lachs gegessen. Ich war so begeistert. Leute, die kaufen. Raubtierfütterung. Spurgestein. Ein Unikat. Wie alt ist er denn? 65 oder was? Hat er die schon mit 5 verkauft? 80. 80? Oh, Hut ab. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Der hat so schöne blaue Augen. Ich bin so ein Mensch, der schlagfertig ist, der das drauf hat. Ist ja wie Entertainment. Und das kann ich einfach mit Menschen umgehen. Der Fischmarkt ohne Arle-Dieter, das gibt es nicht seit 60 Jahren. Deutschlands wohl bekanntester Marktschreier wurde für sein Engagement am Sonntag in der Fischauktionshalle geehrt. Er steht für die Seele unserer Stadt. Und dafür sage ich im Namen des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg, im Namen der ganzen Stadt, herzlichen Dank. Hummel, Hummel! Oh, das war's! Dankeschön! Ich hab als kleiner Junge bewundert neben seinem Verkaufslagen gestanden. Bin hinterher zu meinem Vater gegangen und hab gesagt, du Papa, ich glaub, der hat einen kleinen an der Marmel. Da springen mir die Füßen an die Decke, der streit rum. Sagt er, du, mein Junge, was Besseres kann uns hier auf dem Hamburger Fischmarkt gar nicht passieren. Dafür gibt es Blumen, zumindest für Ehefrau Karin. Arle-Dieter ist gerührt. Ich bin durch und durch Hamburger. Ich bin 1939 geboren, im Krieg, hab den Krieg mitgemacht, die Nachkriegszeit. Und ich muss sagen, wichtig ist im Leben Gesundheit, Menschlichkeit. Und ich habe Hamburg im Herzen. Und wenn es nach Arle-Dieter geht, steht er auf dem Fischmarkt, bis er 100 Jahre alt ist. Hoffentlich, denn diese Sprüche würden wir vermissen. Nur aus Liebe geht der Bock zur Ziege. Aber jetzt guckt euch das an. Kenners!